Wenn man das so bei der Hydraulikpresse einstellt, dann wird der Druck verändert. Hä? Dicke, das stimmt doch gar nicht. Den Druck kann man ja doch verändern. Da stellt man doch eh nur was ein. Ja, genau. Da ist schon was dran, Tüme. Super, jetzt funktioniert's. Danke. Weißt du, was mich aufregt? Dass dieser Scheiße wahnsinnig weiß, wie man einen Scheiß Hydraulikpresse einstellt und uns sowas unterrichten will. Ach Leute, könnt ihr bitte aufpassen? Wieso sollen wir überhaupt aufpassen? Sie sagen doch eh nur Blödsinn. Hey, ich bin die Quad-Beraterin und ich hab mitbekommen, dass hier in dem Betrieb paar Unstimmigkeiten aufgetreten sind. Was gibt es denn für ein Problem? Ja, Wahl sagt uns falsche Sachen. Da haben wir gar keine Lust mehr zuzuhören. Wieso darfst ihr überhaupt unterrichten? Schaut mal, das ist Herr Walds erstes Jahr als Ausbilder. Es ist doch vollkommen okay, mal etwas nicht zu wissen. Niemand ist perfekt. Und es ist doch schon mal bewundernswert, dass ihr Auszubildende schon vieles wisst. Gebt dem Herr Wald auch mal eine Chance. Er ist doch auch nur ein Mensch. Hm, irgendwie haben sie ja schon recht. Erstes Jahr als Ausbilder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und es ist doch noch nicht so leicht. Schön, dass ihr ausbildiert ist. Vielen Dank.